Moin und ja, es ist ja Tag der Abreise, auf jeden Fall dann, wenn ihr das Video seht, bin ich wie gesagt nicht mehr da, also wahrscheinlich nicht mehr zu Hause, je nachdem wann ihr euch das Video anschaut, das kommt ganz drauf an, vielleicht sind wir weg, vielleicht auch noch nicht, vielleicht sind wir ja auch noch da, aber wir werden in Nullkommanix wahrscheinlich abfahren. Ich gehe ja eher davon aus, dass viele von euch das Video dann sehen, wenn wir weg sind, also wenn wir dann schon unterwegs sind und warum sage ich wir, meine Familie und ich, wir fahren ja jetzt in den Urlaub und ja, es kann ganz interessant werden. Auf jeden Fall wichtig ist zu wissen, dass meine Freundin Lilly leider nicht mitkommt, die bleibt leider bei ihren Eltern zu Hause, nicht, dass meine Eltern sie nicht mitnehmen wollen, aber ihre Eltern sind damit nicht so ganz einverstanden, ist ihr auch egal. Ja, blöd ist es auch, dass wir in diesem Hotel, wo wir hinfahren in Good Easing, dass meine Eltern zwei getrennte Zimmer nehmen müssen, also sprich meine Mutter und mein Vater müssten zusammenschlafen und die Kinder ganz alleine. Das ist aber letztendlich eine blöde Idee, weil meine Geschwister, die ich habe, es sind ja zwei, sind deutlich jünger als ich und können deshalb nicht alleine da bleiben mit mir, weil sie ihre Mama oder ihren Papa brauchen, um zu überleben. Und so nach dem Motto halt, die sind halt ohne die Mama total aufgeschmissen, so. Ja, und deswegen haben wir uns überlegt, dass mein Vater und ich halt gemeinsam ein Zimmer nehmen, so. Und wir auch nur, wir sind ja am 25. Februar wieder zurück, also sprich am Samstag. Wir sind also nur drei Tage weg, das heißt, die drei Tage kriegen wir schon rum. Also, ja, und diese drei Tage brauche ich nicht extra einen Koffer mit mir mitzerren, deswegen packe ich die Sachen, die ich mitnehme, in den Koffer von meinem Vater. Und, ja, ich denke auf jeden Fall, dass ich euch ein bisschen so zeigen werde, was ich so alles hier lassen werde, was ich mitnehmen werde und was ich auch vermissen werde, wenn ich weg bin. Und, ja, womit ich als allererstes erstmal anfangen werde mitzunehmen, ist hier mein schönes Aussie-Ossbaum-Buch. Ich mache jetzt hier keine Werbung, aber das darf natürlich nicht fehlen. Keine Ahnung, wieso, ich kann halt meine Playstation nicht mitnehmen und deswegen muss ich halt meine Zeit irgendwie anders loswerden. Ich habe zwar auf dem Handy auch Spiele, aber ganz ehrlich, in der Nacht so, na gut, ich zocke zwar auch abends gerne, aber im Hotel Nacht spielen geht nicht, weil mein Handy hat so eine Sperrung drin, die halt so um 23 Uhr ausgeht. Und deswegen kann ich halt später immer noch ein bisschen was lesen. Ist zwar, ist halt immer noch gut, aber, naja, halt ein bisschen lesen oder wenn man vielleicht aufs Klo muss und sein Geschäft erledigen muss, wie man hier in Deutschland sagen würde, denke ich mir, kann man das gut gebrauchen. Aber, naja, eigentlich gehe ich eher früh, also morgens aufs Klo, das heißt also auf dem Klo spiele ich eigentlich eher Spiele. Naja, jedenfalls nehme ich das Buch halt mit, da meine Playstation leider nicht mit kann. Ja, mir geht es auf jeden Fall hoch, also mein Vater schläft schon, um ehrlich zu sein. Dann machen wir hier mal zu. Endlich wird es hier drin wieder ein bisschen wärmer, also die Tage war es jetzt schon relativ frisch hier daheim, weil die, weil wir halt nicht genug Pellets mehr haben und wir die nachfüllen müssten. Mein Headset kommt natürlich mit. Brauchen wir eine Sonnenbrille dort? Nee, oder? Morgen kann auch bleiben, morgen, aber. Nur morgen? Ja, okay. Ja, okay. Äh, Sonnenbrille, nein, komm. Was soll ich mit einer Sonnenbrille, wenn es die Tage eben nur regnet, also. Naja. Headset kommt auf jeden Fall mit. Wohl, den brauche ich ja später noch. Aber ansonsten, das Zeug hier an meinem Schreibtisch, ich habe hier nicht so viel, das bleibt hier daheim. Föhn kommt mit. Und so. Dann stecke ich am besten gleich einmal aus. Ja. Die Rose nehmt ihr den Koffer mit, ne? Wir sind doch nur drei Tage, das lohnt sich gar nicht. Ich stehe hier an. Ja, 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 ist schon gut. So. Gucken wir hier mal, was nehme ich jetzt hier so mit? Meine Lederjacke, die brauchen wir natürlich morgen zum Hinfahren. Meine Lederjacke, die brauchen wir natürlich. Das ja, wie gesagt, unvergütend noch regnen wird. Schauen wir mal, ob der Kleine schon schläft. Was? Ja. Machst du mal. Ach, nix. Jetzt gehen wir hier in mein Zimmer, Leute. Also hier muss ich echt viel da lassen. Mein Schlafzeug natürlich, das kann ich nicht mitnehmen. Die Gitarre auch nicht. Ich mach gleich Licht an, warte Musiker. Ich muss mich jetzt hier gut überlegen. Ich brauche ja nur für drei Tage, also sprich für, weil. Ja doch, drei Tage. Ich brauche drei Tage Unterhemden. Eins, zwei, drei. Unterhosen haben wir hier so viele, das ist gut. Aber die haben drei Stück. Ja, eins natürlich für morgen. Ja, eins natürlich für morgen, der Moko. Ja, und der Wetz kann ja nicht in den Stand, den brauche ich jetzt nicht. Das ist echt mehr herausfordernd. Das kann man mitnehmen, das Bett hier, also T-Shirts brauche ich auch. Wenn wir bei morgen ziehe ich eins an. Wenn wir abfahren, also mit ESC ist schon morgen, aber jetzt werde ich mir. Das hier. Das hier. Das geht so ganz gut. Gut. Und dann mit mir schon mal. So. Und jetzt zurück, was ich nicht. kurze 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 vorbei nein kommt auf die hier so auf der Hüte naja jetzt kommt das wieder, also wieder dritt um der 10 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich dachte, ich habe drei Hände. Nein, das mache ich natürlich morgen, ist ja klar. Die drei, also hier die, da, da, drei Unterhemden. Okay. Okay, ein paar Socken, die ich morgen an. Hier, drei Socken, den Urlaub. Dann habe ich hier, dieses schöne T-Shirt hier, das ich mitnehme. Wenn man es sehen kann. Boah, ist das schön. Das hier. Dann hier beim Playstation T-Shirt nehme ich mit. Und dieses dunkelrote T-Shirt nehme ich mit. Na ja, ich finde das sehr schön. Gut, dann hole ich jetzt noch eine neue Zahndöste. Ach ja. Ich brauche noch hier diese schöne Lederhose, oder das ist eine Lederhose, weil es da regnen wird. Und jetzt amigo. Und jetzt. Und dann geht's. Und jetzt้ dann... Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. man war das schon mit und ja ein paar sachen sich auch morgen an und 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 Alles was hier ist, das packe ich in eine Extratasche, ich habe jetzt nur das wichtigste in den Koffer getan. Was lasse ich hier, das ist eigentlich eine gute Frage, ich lasse sehr vieles hier, meine Sportmatte, die lasse ich natürlich hier, ein kleines Teller lasse ich hier, ich glaube jetzt ist das ein Buch, das ich mitnehmen will, meine Musikbox hier, die ich hier immer habe, lasse ich natürlich da. Ich bin jetzt echt K.O. Leute, ich muss mich jetzt dann echt noch aufs Ohr legen, ich bin echt müde, aber ja. Was ist hier noch drin? Achja, ich muss ja noch mein Buch einpacken, aber die anderen Sachen, die hier bleiben, also die hier liegen, die lasse ich natürlich da. Das heißt, die lasse ich natürlich da, die nehme ich in den Extrat Koffer und nehme die halt dann so mit, wenn ihr versteht, was ich brenne. So, ich hole jetzt noch ein Buch, hier, hier auf der Rand, das kommt natürlich mit, brauche ich nicht. Das hier, ja, baut mit. Das hier, ja, baut mit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach ja, ich habe noch eine Sache vergessen, die natürlich mitkommt. Und zwar das hier gegen meine Pickel hier. Weil ich habe mir ins Ziel gesetzt. Ihr seht schon, ich habe recht viele davon. Und ich habe mir ins Ziel gesetzt, dass ich die Pickel loswerde. Und deswegen muss ich jetzt täglich hier dieses Ding hier nehmen. Damit die nur endlich verschwinden, die scheiß Dinger. Gut, das kommt mit. Ich habe eigentlich alles. Also mehr brauchen wir nicht. Und wir sind jetzt auch nicht ein halbes Jahr oder so weg, sondern nur drei Tage. Also das passt schon. Tja, Schlafanzug nehme ich auch noch mit. Und ja, ich bin jetzt echt aus der Poste. Ich möchte jetzt echt an mir nicht schlafen gehen. Morgen liegt ein aufregender Tag bei uns. Nach dem Motto hier. Ach ja, ich muss mir eine gute Hose für morgen herrichten. Eine andere Hose nehme ich jetzt nicht mit. Nein, ich habe die Hose, die ich jetzt heute trage. Ich habe nämlich die Hose, die ich heute trage, erst dreimal an. Und das glaube ich reicht. Die wechsle ich aber dafür, wenn ich zurückkomme. Uiuiui. So. Gut, im Großen und Ganzen habe ich alles. Ja, sonst fällt mir nichts ein, was ich vergessen hätte oder was ich noch mitnehmen möchte. Ich lasse auf jeden Fall hier den großen Teil, wie ihr jetzt hier seht, da. Den brauche ich nicht. Die einzigen Sachen, die ich ja die drei Tage über vermissen werde hier in meinem Zimmer, sind diese Ausblicke hier. Ich glaube, ich habe da schon oft genug Videos gemacht, vor allem da, wo es noch heller war. Das sind die einzigen drei Sachen, die ich hier wirklich sehr vermissen werde, die Tage über, sind diese Ausblicke. Und zwar, da kann man jetzt hier nachts schlecht sehen und mit der Frontkamera ist recht schlecht. Die drei Sachen hier werde ich echt extrem vermissen. Die drei Ausblicke hier, den ersten gucke ich immer raus, wenn ich will, wenn ich chill und wenn ich einfach Freizeit habe. Oh, der eine guckt gerade Fußball, gucke ich halt immer hier raus und denke an schöne Zeiten oder an die Pläne für nächste Woche. Und ja, das ist der erste Ausblick. Zweiter, sehr schöner Ausblick, den zeige ich euch jetzt. Halt, ich mache erstmal hier das Licht hinaus. Zweiter, sehr schöner Ausblick ist natürlich der hier. Den finde ich hier am meisten schön, weil das erinnert mich irgendwie, als ich damals, vielleicht wissen das ein paar von euch, vielleicht auch nicht. Also die, die mir auf TikTok folgen, wissen es auf jeden Fall. Ich war ja im Sommer letztes Jahr am Gardasee, also in Italien. Und dieser Eingangsweg hier hinten, der erinnert mich einfach irgendwie so an dieses Ort bei Italien. In Italien, ja. Ja, und hier gucke ich immer raus, wenn ich so Pläne für den Sommerabend möchte. Oder einfach, wenn ich an meine Freundin denken möchte. Und ja, es ist halt jetzt ein bisschen blöd, weil es halt jetzt dunkel ist und so. Aber ich gucke halt hier sehr, 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 sehr gerne raus und fahre auch in die Ferne. Vor allem, wenn es schönes Wetter ist, schaue ich auch gerne mal da nach hinten. Also da, wo ich gerade hinzeige, sieht man jetzt natürlich auf der Kamera nicht. Weil es halt so dunkel ist. Und ja, gucke ich halt sehr gerne raus und das wird mir halt auch ein bisschen fehlen. Aber egal, im Hotel haben wir dann wenigstens ein bisschen Freiraum und können auch ein bisschen marschieren. Das Blöde ist halt nur, dass das Wetter nicht so richtig mitspielt und dass meine Freundin nicht dabei ist. Aber gut, was werden wir machen? Man kann ja auch nicht alles hoffen oder alles wünschen. Viel glücklicher bin ich, dass ich überhaupt in den Urlaub fahren kann, weil es nur sehr wenige Menschen gibt, die so einen Urlaub sich leisten können. Also in so einem Wellnesshotel, muss man ganz mal ehrlich sagen hier. Darf man das hier sagen? Ja, ich glaube schon. Und ja. Jetzt kommen die letzten zwei sehr schönen Ausblicke so. Also hier ist ja noch ein bisschen. Also hier. Gucke ich hier so ein bisschen hin in die Ferne. Ui! Nicht, dass ich rausverliere. Alter. Guckt es euch an hier. Da haben wir noch schön hier. Ein bisschen hier in die Richtung schauen. Erinnert mich auch sehr an Italien. Ist auch sehr schön. Und ja. Hier ist mein Brimrad. Ich glaube, ich mache auch mal eine Roomtour hier in meinem Zimmer. Ach ja. Das habe nicht ich gemalt, sondern das war meine Schwester. Hat sie mir zum Geburtstag gemalt, wo ich 15 Jahre alt geworden bin. Ist schon eine Weile her. Hier meine zwei schönen Ausblicke. Ja, kann ich euch natürlich nachts nicht zeigen, aber ich glaube, ich habe hier schon oft genug Videos gemacht, wo ich hier rausgeschaut habe. Vielleicht erkennt man es ein Millimalchen, aber nein. Vor allem der Sternenhimmel, Leute. Guckt es euch an. Wird man wahrscheinlich auch jetzt nicht auf der Kamera erkennen. Nein, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Oder doch. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber ich denke mal schon ein bisschen. Naja. Hier habe ich sehr gerne raus. Und ja. Vielleicht erkennt man es minimal. Ja. Den letzten Ausblick werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. Nichts Besonderes halt. Aber wir haben hier noch ein Fenster. Ach so. Das habe ich schon lange nicht mal aufgemacht hier. Hier kann man noch. Vor allem da. 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 Da hinten. Da, wo die. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht auf der Kamera. Aber da hinten sind rote Lichter. Da ist eine Baustelle, glaube ich. Hier gucke ich auch sehr gerne raus, wenn Sommer ist. Oder wenn es hell ist. Weil man dann den Turm von meiner Kirche sieht. Das heißt von meiner Kirche als von der Kirche, wo ich immer hingehe. Da sieht man da den Turm, sieht man da den Turm, das kann ich aber auch mal zeigen, wenn wir wieder da sind und wenn es wieder hell ist. Ist auch ein sehr schöner Ausblick. Gut. Gut. An dieser Stelle soll es jetzt auch das mit dem Video gewesen sein. Ich habe jetzt eigentlich viel mehr herumgelabert, als ich eigentlich wollte. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, was ich mitnehme und was ich hier so ein bisschen vermissen werde. Jetzt die drei Tage, die ich nicht da bin. Aber egal. Ich bin jetzt auch todmüde und ich muss jetzt erstmal schlafen gehen, Leute. Damit ich ja morgen fit bin. Und ja. Also das Video kommt heute, aber ich habe es halt gestern aufgenommen. Und ich glaube, wenn ihr das alle gesehen habt, bin ich schon längst nicht mehr da. Also hundertprozentig sind wir da schon auf dem Weg. Ja. Das muss auch gewesen sein mit dem Video. Und wir sehen uns. Ja.